Heute ist Sonntag, der 9. Mai 2021. Meine Frau liest mir morgens im Bett gelegentlich irgendwelche Artikel aus dem Internet vor. Oft von Tichys Einblick oder von Vince Ebert. Das ist ein Kabarettist, der ist 52, ist Physiker und er bringt es wissenschaftlich auf den Punkt. Und sehr amüsant und sehr drastisch letztlich. Und ich lese jetzt den Text von gestern vor. Ich glaube, der macht das fast täglich und ich verlinke das auch, dann kann jeder sich das mal angucken. Also ein kurzer Text, ich finde ihn so klasse. Heute möchte ich euch die Website Electricity Map vorstellen. Auf dieser Seite wird in Echtzeit dargestellt, wie viel Strom jedes europäische Land in andere Länder exportiert, beziehungsweise wie viel es von seinen Nachbarländern bekommt. Außerdem wird für jedes Land der jeweilige CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde sowie der Anteil der regenerativen Energien gezeigt. Klickt man auf Deutschland, so sieht man, dass wir derzeit ca. 10% unseres Stroms aus den noch verbliebenen Kernkraftwerken produzieren. Wenn diese Energieträger wegfallen, können wir den Strom entweder aus Polen oder aus Tschechien zukaufen. Dadurch erhöht sich aber der deutsche CO2-Ausstoß. Denn beide Länder produzieren Energie sehr CO2-intensiv. Oder wir kaufen den Strom aus Frankreich. Dadurch verringert sich unsere CO2-Belastung, weil Frankreich fast zwei Drittel seiner Energie aus Kernkraftwerken erzeugt. Nach vollzogener Energiewende haben wir also drei grundsätzliche Möglichkeiten. Eigentlich sind diese Schlussfolgerungen völlig trivial und selbsterklärend. Man benötigt dazu kein spezifisches Fachwissen und erst recht keine naturwissenschaftliche Ausbildung. Und trotzdem weigert sich das halbe Land, diese einfachen Zusammenhänge zur Kenntnis zu nehmen. Schönen Sonntag noch!